Yo Leute, wir spielen weiter bei Resident Evil Revelations. Wir sind mit Episode 7.2 gerade fertig geworden. Ria... Ria... Solis... Ohne je. Anscheinend hat jemand die Queen Zenobia entdeckt. Du hast dich kein bisschen verändert. Die Zeit ist gekommen und Ria... Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Als würden mich meine schlechten Feinde heimsuchen. Überlasst dem Himmel Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Hut. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Mit Episode 8. Alles oder Nichts. Mit Episode 8. Alles oder Nichts. Du bist verblendet. Ein hoffnungsloser Humanist. Es ist vorbei, Direktor O'Brien. Wie wäre es, wenn du mal zum Punkt kommst, Morgan? Du spielst wieder mit dem Feuer. Aber dieses Mal wirst du dir die Finger verbrennen. Und Tätigkeit wird die Situation nur noch verschlimmern. Denk nach, Direktor. Oder du wirst es bereuen. Ah ja, du machst es dir wieder verdammt einfach, Morgan. Aber sobald wir die Wahrheit kennen, werden wir sicherstellen, dass sich deine Fehler nie mehr wiederholen. Nein, ich geh nicht aus dieser Tür raus. Nein, ich will nicht. Nein. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Oh, da ist der Raketenwerfer. Ja, her damit. Was lass ich denn dafür da? Auch nicht mein MG. Ich kann auch keine... Können ich jetzt noch Waffe wechseln? Bjekte. Munition. Toll. Ja, ja. Gib her. Okay. Meine Fresse, ne. Kann ich hier irgendwo Luft holen? Nein, kann ich nicht. So, das ist hier ein sehr luftloses Level. Okay, kann ich mir Luft holen. Kann ich hier auch mal... Du glaubst schon. Wo geht's jetzt hier raus? Wir müssen schnell sein. Die Zeit ist knapp. Na gut, okay. Ich hab ja noch wenige Shotgun. Na gut, okay. Das ist ja mein Kraut vom letzten Mal. Ah, ja. Ich hab ja... Okay. Ähm, da Raketenwerfer hat einen Schuss. Danach Sensei. Das ist sehr aufbauend. Na gut, ähm... Ich muss sagen, lassen wir's erstmal so. Trotz allem. Und jetzt? Wir brauchen einen anderen Auskennen. Ach, jetzt auf einmal kann ich's aktivieren und was. Nee. Hä? Meint der jetzt da runter? Das könnte sein. Ja, da runter meint er. Da, wo ich schon vorhin mal... versucht hab, drauf zu klopfen. Okay. Am Glück war ich hier keine Schlüssel mehr. Ist das nach oben, oder? Ja. Ja, toll. Hier ist Schluss. Schwimmen wir durch den Gehlraum und suchen einen Weg. Überall Wasser. Nirgends ein Weg. Das Schiff siegt. Äh... Seht mal positiv. Treppensteigenfelder aus. Huha. Hier ist Chris. Vermilion. Parker. Chill. Hört gut zu. Das Schiff ist verloren. Aber der Virus hat auf keinen Fall ins Meer gelandet. Jessica und ich sind auf dem Weg zur Queen Zenobia. Wir melden uns weit. Bleibt am Leben. Chris Handel. Ich werde mich bemühen, am Leben zu bleiben. Oh, ich kann doch nicht schießen. So. So. So lang. Da lang. Da lang. Da lang. Da hoch. Eins höher. Was wir jetzt hier tun? Hier ist mir... Ah, mir ist mir irgendwas angezeigt. Ah ja, genau. Den Weg, den kennen wir ja schon gut. Toll, dass wir sowas reingebaut haben, das ist echt nervetötend. Ich hoffe, ich schwimme hier überhaupt richtig. Also, die Munition kriege ich jetzt unmasse. Das heißt, nie was gutes. Ich kann nicht mal wieder Luft holen. Ich gehe einfach so aus und dann wieder gleich. Ähm, ja. Dann schwimme nach oben. Ich brauche mal nen Lageplan. Okay, hier gibt's keinen Lageplan. Ich bin hier scheinbar richtig, aber auch irgendwie nicht. Ich will's nicht verstehen, oder? Toll. Ich habe mich verschwommen. Pfff. Verschwommen. Ganz verschwommen habe ich mich wahrscheinlich nicht, aber... ... etwas verschwommen. Glaub ich. Ah, ich würd's gleich sehen. Ah. Ich würde's gleich sehen. Die Teile ausschauen, das ist ja richtig abartig, also Luft gibt es hier zum Glück mal rüber, also ganz kurz, aber so richtig erschließen, wo ich jetzt hin muss, weiß ich mir, der will ich nur nicht ganz. Dann... Ach, sind alle gleich getötet? Ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan durch den und hier war ich genau, hier bin ich hergekommen. Ja, jetzt bin ich da lang, da lang. Und dann... quasi da lang, da lang. Ich fange als Spezialzubehör ein. Hächelt mal noch Luft. Kann ich die Schächte nicht nutzen? Ich habe gerade einen Bug ausgelöst oder so, keine Ahnung. So. Dann gehe ich... Ist das der einzige Weg? Ah! Da ist ein Fenster kaputt. Ich kann nur hierher, um mal Luft zu holen. Das ist sehr gut. Dass da ein Fenster kaputt ist. Das muss ich erst mal sehen. Tja, boah. Hier ist ein Fenster kaputt. Hier ist ein Fenster kaputt. Äh. Gespeichert, also ich muss höher. So, ich höre meine Lieblinge wieder. So, ich höre meine Lieblinge wieder. So weit schon. Chris! Ja, uns gehts gut. Aber das Schiff sinkt schnell. Näher an uns der Queen Zenobia. Treffung in der Schiffshalle. Okay. Wir warten. Gut. Bis bald. Chris Ende. So. So. Wo ist das jetzt bitte? Ach, da drüben. So, wo muss ich jetzt hin? Ich schätze mal da lang lang. Schön, wenn auch meine Lieblinge im Wasser rum suchen. Ist das dann soweit richtig hoch? Ich mache mir falsche. Nein, natürlich nicht. Ich muss natürlich in die andere Richtung. Dumm. Geh weg. Und ich habe ein Raketenwerfer im Pedder. Und genug MG-Emotion für den dritten Weltkrieg oder so, glaube ich. Ach ja. Äh. Ich weiß, wer jetzt noch kommt. Ah, meine Lieblinge. Und B. Was unersprechliches, typisches, recidivmäßiges. Oder? Oder? Hab ich Glück? Ach, ich glaube, ich habe Glück und überspringen den einfach. Hier ist wieder was? Wo? Was? Genau hier. Wo? Ich fahre echt auf der anderen Seite. Ja, gut. Schauen wir mal. Ich fahre echt auf der anderen Seite. Ich fahre. Ich fahre echt auf die andere Seite. Ich fahre auch. Wärst du? Da! Wärst du? Liebe Leute, das heißt, es kommt bald der Bosskampf. Das heißt, ich bin bald fertig. Das heißt, wir haben bald Weltwurf normal aufgehalten. Wir sind so gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sephiroth.